Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben die erste reguläre Sitzungswoche nach der Sommerpause. Deshalb ist ziemlich viel Betrieb und deshalb ist das just in time auch so zu sehen, dass man eben solche Veranstaltungen versuchen muss, in das Programm einer Sitzungswoche mit zu integrieren. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei Ihnen sein darf zur Eröffnung Ihrer Woche, Ihres Dialogs. Und lieber Herr Träger, lieber Herr Janoschka, ich hoffe, dass Sie am Ende einen Ertrag aus dieser Woche mitnehmen können. Die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet. So wird Alan Kay aus dem Jahr 1998 zitiert. Alan Kay ist Informatiker und Mathematiker wie ich, nur er ist 20 Jahre älter. Wir haben zu unterschiedlichen Zeiten jeweils starke Veränderungen in der Computertechnologie miterlebt. Alan Kay hat mit dem Sketchpad einen ersten Schritt in der Aufbereitung grafischer Schnittstellen mit vollzogen. Heute sprechen wir an der Stelle über CAD-Systeme. Und ich selbst habe begonnen, Lochkarten zu stanzen und in der Weise Computer zu programmieren, bis hin zum magnetischen Speichermedium und dem Versuch, Rechner untereinander in Verbindung zu setzen, indem man noch händig das CCP-IP-Protokoll ausgeführt hat. Heute klickt man auf die Senden-Taste und die Maschinen machen das automatisch miteinander. Durch das Internet hat sich eine Transformation und es haben sich Innovationssprünge ergeben. Und wir können dadurch einen sehr reichhaltigen technologischen Fortschritt verzeichnen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Themenwoche des Hochschulforums Digitalisierung eröffnen können. Die sich wieder einem Transformationsprozess widmet. Und dieser wird schon im Titel Shaping the Digital Turn sichtbar. Das Motto dieser Woche ist, wie gestalten wir die Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Und ich bin nicht zuletzt, Herr Träger, beeindruckt, was das Hochschulforum leistet. Ich bin beeindruckt, wie es die Hochschulen unterstützt und welche Mobilisierungseffekte es schon ausgelöst hat. Meine Anerkennung gilt heute in besonderem Maße der Peer-to-Peer-Strategieberatung des Hochschulforums und den Hochschulen, welche an dieser Strategieberatung 2017 und 2018 teilgenommen haben. Sie stehen heute im Mittelpunkt der Strategiekonferenz. Und für Ihre Arbeit, für Ihre Teilnahme an der Strategieberatung möchte ich Ihnen meinen besonderen Dank aussprechen. Dieser Dank gilt auch für Ihre Bereitschaft, dass Sie Ihre Erkenntnisse in dieser Woche so offen teilen, so dass auch andere Hochschulen von Ihnen lernen können. Und ich hoffe, dass Sie möglichst viel von dem Geist und Elan mitnehmen. Und ich hoffe auch, dass Sie auch diejenigen, die noch nicht zu den Trägern der Digitalisierung in der Hochschulbildung zählen, überzeugen werden. Die Digitalisierung in der Bildung ist ein Gewinn für alle, für die Studierenden, für die Hochschullehrer und auch für die Hochschulen als Ganzes. Für den Erfolg kommt es sehr stark darauf an, wie aus dem Kreis der hier versammelten digitalen Avantgarde eine möglichst große Bewegung entsteht. Es geht darum, dass sich die Hochschulen als Ganzes erneuern. Und lassen Sie mich zu Beginn der Themenwoche aus meiner Sicht drei Herausforderungen formulieren. Diese sind mir besonders wichtig, weil sie die Hochschule als Ganzes betreffen. Und auch wir als Politik, aber vor allem auch die Hochschulen, verantworten hier zu finden müssen. Die erste Herausforderung ist die Digitalisierung, verändert die physische Welt der Hochschule. Sie verändert daher tiefgreifend auch die Rollen und Anforderungsprofile von Lernenden und Lehrenden, von Verwaltungsmitarbeitern. Und daraus ergibt sich eine neue Steuerungsaufgabe für die Hochschulleitung. Die Digitalisierung beschränkt sich auch nicht allein auf die Lehre, sondern beeinflusst die Hochschule in ihrer Gesamtheit. Die zweite Herausforderung ist, dass aus meiner Sicht die Digitalisierung ermöglicht das Entstehen neuer Kooperationsmöglichkeiten. Online-Plattformen bieten neue Lehr-, Lern- und Forschungsmöglichkeiten. Und sie machen gleichzeitig deren hochschulübergreifende Nutzung nötig und möglich. Und die dritte Herausforderung, die Kompetenzanforderungen bei den Studierenden, ändern sich grundlegend. Die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen, erlangt eine immer größere Bedeutung für das Qualifikationsprofil der Studierenden, aber auch für das Qualifikationsprofil der Lehrenden. Das betrifft die Fähigkeit, Daten zu hinterfragen und sie im jeweiligen Kontext bewusst einzusetzen. Die Digitalisierung macht eine Veränderung nahezu aller Lehrpläne notwendig. Das Ministerium für Bildung und Forschung geht diese Herausforderung gezielt an und hat hierzu ein aufeinander abgestimmtes Maßnahmenportfolio erarbeitet. Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument für ein qualitativ besseres, leistungsfähigeres und auch internationales Bildungssystem. Bei den Lehrenden adressieren wir gleichermaßen, und das tue ich auch hier, unser Bildungssystem baut auf starken Schulen auf. Und daher müssen wir uns auch der grundlegenden digitalen Bildung zuwenden und fragen, wie schaffen wir es, dass bereits in den allgemeinbildenden Schulen die Kompetenzen vermittelt werden, die einen souveränen Umgang mit digitalen Strukturen und Werkzeugen ermöglichen. Allgemeinbildende und berufliche Schulen sind zunächst einmal Ländersache. Das BMBF hat in voller Kenntnis dieses Grundpfeilers, unserer Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern, den Vorschlag gemacht, einen Digitalpakt Schule zu schließen. Wir wollen als Bund in den kommenden fünf Jahren 5 Milliarden Euro in die Digitalisierung der Schulen investieren. Wir wollen zu diesem Zweck, das beraten wir jetzt gerade ab dieser Woche, das Grundgesetz ändern, um uns das zu ermöglichen, und künftig Finanzhilfen des Bundes im Bereich der Bildung auch für Kommunen möglich machen, die nicht finanzschwach sind. Bei finanzschwachen Kommunen könnten wir das heute schon. Wir tun dies, weil uns bewusst ist, dass ohne die massive Hilfe des Bundes das Thema Digitalisierung zu langsam vorangehen wird. In fünf Jahren sollen Deutschlands Schulen bei der Nutzung digitaler Unterrichtsformate nicht mehr Mittelmaß im internationalen Vergleich sein, sondern in der Spitzengruppe. Und auch hier ist es nicht Selbstzweck und auch nicht das falsche Bemühen um angebliche Modernität, sondern es geht um neue Lernwege, es geht um individuelle Lerntypen und eine Lerngeschwindigkeit, eine Chance zu geben, die wir ohne digitale Unterstützung nicht verfügbar haben. Was wir wollen, ist mit digitalen Lerninfrastrukturen neue Möglichkeiten des Unterrichts. Und ich möchte auch dazu sagen, weil es aus meiner Sicht eine falsche Alternative ist, dadurch werden die Werte, Formen des Unterrichts nicht infrage gestellt, sondern wir sprechen über eine Ergänzung. Die Umsetzung des Digitalpakt Schule soll die Voraussetzungen dafür schaffen, dass an den deutschen Hochschulen künftig junge Menschen ihr Studium aufnehmen, die bereits reiche Erfahrungen mit digitalen Lernumgebungen gesammelt haben. Die digitale Inhalte bewerten und für sich nutzbar machen können, die Lernstrategie nicht erst entwickeln müssen, sondern bereits für ihr Studium mitbringen. Das alles wird nicht schon zum nächsten Wintersemester spürbar sein, aber am Beispiel Digitalpakt Schule wird deutlich, dass wir die Zusammenarbeit von staatlichen Ebenen und unterschiedlichen Akteuren neu denken müssen, um weit gesteckte Ziele zu erreichen. Die Anträge für die Investitionen in den Digitalpakt müssen die Kommunen stellen als Schulträger. Die Lehrpläne und die Ausbildung der Lehrer müssen die Länder leisten. Und die Investition ist eine Aufgabe, an der wir uns beteiligen. Also alle drei Ebenen sind an dieser Stelle beteiligt. Und ich will ausdrücklich sagen, das ist mir wichtig, wir wollen dabei nicht die grundlegende Verfassung unseres föderalen Staatswesens infrage stellen. Bei der Gestaltung des digitalen Wandels des Hochschulsystems fangen wir als Bildungs- und Forschungsministerium auch nicht bei Null an. Mit dem Qualitätspakt Lehre haben wir bereits 2011 einen wichtigen Impuls für eine bessere Hochschullehre und für digital gestütztes Lehren- und Lernengesetz. Weit über 50 Prozent der Vorhaben der ersten Förderperiode setzen entsprechende Maßnahmen um. Sie drehen sich um die Frage Prüfungen, E-Learning und Blended Learning. In der zweiten Förderperiode rückt die Digitalisierung noch stärker in den Fokus. Und ich appelliere an die Hochschulen, nutzen Sie die Erfahrungen in anderen, digital bisher weniger geprägten Bereichen. Das kann die Lehre insgesamt verbessern und die Attraktivität deutscher Hochschulen auch international steigern. Ebenfalls seit 2011 fördern wir mit dem Wettbewerb Aufstieg durch Bildung offene Hochschulen die wissenschaftliche Weiterbildung. Dabei stellen wir fest, die Hochschulen sind nicht Getriebene, sondern Treiber der Digitalisierung. Denn die besonderen Zielgruppen wissenschaftlicher Bildung, insbesondere Berufstätige, benötigen zeitlich und örtlich flexible Angebote. Jenseits des Wettbewerbs kommen die Hochschulen ihrer Verantwortung im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung leider noch nicht ausreichend nach. Dies hat die Bundesregierung im Blick und deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, Hochschulen beim Ausbau ihrer Weiterbildungsangebote zu unterstützen. Doch nicht nur in der Lehre, auch in der Forschung unterstützt das Bildungs- und Forschungsministerium die Hochschulen. Im Zuge des digitalen Wandels fallen in der Wissenschaft große Mengen an digitalen Daten an. Und für den Umgang mit diesen Forschungsdaten gibt es noch keine etablierten Vorgehensweisen. Darum fördern wir verschiedene Maßnahmen zum Forschungsdatenmanagement an den Hochschulen. Mit der nationalen Forschungsdateninfrastruktur wollen wir die heute oftmals dezentral und temporär gelagerten Datenbestände systematisch erschließen. Zentrales Ziel ist die Etablierung eines übergreifenden Forschungsdatenmanagements. Die nationale Forschungsdateninfrastruktur wendet sich ausdrücklich auch an Hochschulen, die wir beim standardisierten Umgang mit Forschungsdaten unterstützen wollen. Exzellente Forschung ist nur möglich, wenn die digitale Forschungsinfrastruktur an die künftigen Anforderungen angepasst wird und den stark steigenden Bedürfnissen nach Rechenkapazität gerecht wird. Gemeinsam mit den Ländern arbeitet mein Ministerium daran, einen zukunftsfähigen Verbund von Hochleistungsrechnern an Hochschulen zu etablieren. Ziel ist es, deutschlandweit ein zugängliches, anwenderorientiertes Netzwerk mit Hochleistungsrechnern einzurichten. Und auch beim Thema Open Access spielen die Hochschulen eine wichtige Rolle. Schon früh in der wissenschaftlichen Karriere muss ein Bewusstsein für die Bedeutung qualitätsgesicherter, alternativer Publikationsmodelle geschaffen werden. Denn mit Open Access können wissenschaftliche Erkenntnisse der Allgemeinheit besser zugänglich gemacht werden. Das BMBF fördert den Übergang zu Open Access auch im Hochschulsystem mit verschiedenen Projekten. Die Hochschulen sind dabei Keimzelle, um Open Access in der Breite der deutschen Wissenschaftslandschaft zu verankern. Hier passiert schon sehr viel und ich sage Ihnen einfach, machen Sie weiter an der Stelle. Das ist aus meiner Sicht politisch auch ein eminent wichtiger Punkt, weil es in der Politik durchaus den einen oder anderen gibt, der die Frage wissenschaftlicher Erkenntnisse infrage stellt. Und umgekehrt muss man sehen, wenn man die aktuelle Diskussion über Publikationen sieht, dass sie alle einen Beitrag dazu leisten sollten, dass man sich auf wissenschaftliche Publikationen tatsächlich verlassen kann. Die Bologna-Ministerkonferenz in Paris im Mai diesen Jahres hat insbesondere das Thema der transparenten Anerkennung von Qualifikationen, Lern- und Studienzeiten, die durch digitale Lösungen unterstützt werden, aufgegriffen. Wir wollen auf der deutschen Seite das weitere Vorgehen dazu im Rahmen einer nationalen Bologna-Konferenz vorantreiben. Bund und Länder haben gerade bei der Digitalisierung die Chance, umfassender zu kooperieren und Synergien zu nutzen. Innovative Weiterentwicklungen von Services und Dienstleistungen sowie neue Infrastrukturlösungen sollten nicht an Ländergrenzen aufhören. Erfolgsgeschichten wie das internationale EduRoom und StudiLink in den Niederlanden zeigen das große Potenzial einer übergreifenden Verständigung. Nach mehr als einem Jahrzehnt des Ausbaus der Hochschulen steht für uns jetzt die Qualität der Hochschulbildung im Vordergrund. Die Generation, die wir jetzt ausbilden, muss kreativ mit den Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung umgehen können. Für die Lehre, die das vermittelt, brauchen wir die materiellen und strukturellen Voraussetzungen. Wir benötigen auch konkrete Förderung und Wertschätzung für die gute und innovative Lehre. Und dafür wollen wir zwei Vereinbarungen mit den Ländern schließen. In der Nachfolge des Hochschulpaktes werden strukturell die Voraussetzungen für gute Lehre verbessert. Angestrebt werden eine bessere Betreuung und mehr unbefristetes Lehrpersonal. In der Nachfolge des Qualitätspakts Lehre geht es darum, Lehrmethoden und die Lehrkultur konkret zu verbessern und auch regelmäßig zu modernisieren. Wir organisieren, dass Professorinnen und Professoren voneinander lernen und innovative Projekte gefördert werden. Durch den Diskurs und die Förderung soll der Stellenwert gute Lehre auch stärker hervorgehoben werden. Dafür wollen wir eine unabhängige, eigenständige, dauerhaft finanzierte Organisation gründen, die sich ausschließlich der Hochschullehrer widmet. Die Verhandlungen mit den Ländern dazu laufen. Hierzu wollen wir der Digitalisierung der Hochschulbildung eine stärkere Bedeutung beimessen. Wir wollen über diese beiden Pakte hinaus, auch mit dem Bund-Länder-Wettbewerb, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, ganz gezielt digital innovative Hochschulen oder Hochschulverbünde fördern. Dabei haben wir insbesondere strategische Konzepte im Blick, und zwar hochschulübergreifende Konzepte, als auch Strategien, die innerhalb der Hochschulen Forschung, Lehre und Verwaltung und Transfer gemeinsam denken. Und schließlich werden wir der Forschung zur digitalen Hochschulbildung einen neuen Schub geben. Dazu wollen wir noch in diesem Jahr eine Förderbekanntmachung zur Forschung zur digitalen Hochschulbildung veröffentlichen, die digitale Fachkonzepte in den Mittelpunkt stellt. Sie soll den Lehrenden mehr Gestaltungswissen an die Hand geben. Lassen Sie mich zum Schluss noch auf Folgendes hinweisen. Kooperation und Synergien sind im digitalen Zeitalter mehr denn je ein Schlüssel für den Erfolg eines leistungsstarken Bildungssystems. Diese Potenziale gilt es auf verschiedenen Ebenen zu heben, hochschulintern wie auch hochschulübergreifend. Denn so könnten gute Lösungen schneller skaliert und Synergien genutzt werden. Mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung haben Sie bei der Gestaltung Ihrer eigenen Zukunft eine verlässliche und kräftige Unterstützung. Ich möchte an Sie, und damit meine ich jetzt alle Hochschullehrer, Mitarbeiter in der Verwaltung, Forscher appellieren. Es kommt darauf an, diese Chancen jetzt zu nutzen. Wir müssen schneller werden und wir müssen besser werden. Und dabei können Sie auf unsere Unterstützung zählen, ob in der Lehre, der Forschung oder der Internationalisierung. Aber Sie müssen die Chance nutzen. Ein eher unbekannter Meinungsträger zu allen digitalen Dingen, aber Schriftsteller in einer Zeit voller Veränderungen hat einmal gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Das war Franz Kafka. Und lassen Sie uns den Weg der Digitalisierung in der Zukunft gemeinsam gehen. Vielen Dank für die Einladung und Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020